Servus, ich bin der Marcel aus der Drumabteilung im Soundland. Ich stelle euch heute ein D-Drum Shell-Set vor. Und hier steht nun das Dominion Pocket Set in Lime Green Sparkle Lackierung. Es ist dabei eine 13 Zoll Snaredrum, ein 12 Zoll Hängetom mit dem dazugehörigen Tom-Haltearm-System. Wir haben dabei die 20er Bassdrum, ein 14er und ein 16er Standtom. Das Ganze ist gemacht aus Ahornholz und jetzt gilt wie immer anhören. Aber ich bin der D-Drum Shell-Tischle Libe im Saal vom Lime Green Sparkle Lackierung. Hier gibt es zwei E-Drum Shell-Tischle Libe im Saal, und hier gibt es zwei E-Drum für die Aufmerksamke. Und wie immer ein D-drum Shell-Tischle Libe im Saal wird. Ine Becausei und die sich terschön. Und hier gibt es zwei E-Drum Joel schon einmal. Ich bin bei der D-Drum Shell-Tischle Libe im Saal. Und hier gibt es viele Vier quatro. Und hier ist ein Gericht. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Hat euch das Video gefallen? Dann schaut euch gerne die anderen Videos auf der Homepage an oder kommt bei uns einfach im Soundland vorbei. Wir freuen uns wie immer auf euch. Macht's gut!